Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Battlefield 3 mit mir und dem Harald mal wieder. Hallo. Wir spielen jetzt die Karte Grand Bazaar oder auch Großer Bazaar, wie es so schön auf Deutsch heißt. Kannst du was über die Karte sagen? Ja, nee, es ist eigentlich, ich kenne die nicht, ich habe sehr selten drauf gespielt. Ich kenne sie so vom Grundriss, wenn ich jetzt die Karte so sehe. Ja, also es ist eine städtische Karte, auf der es manchmal regnet. Und, ähm, ja, ich hoffe, es wird lustig, wenn die Ladezeit vorbei ist. Ja. Äh, es ist nur zufällig schon, in welchem Team du bist. Oder nee, es lädt noch bei dir, ne? Ja, es lädt noch. Also ich bin im Team Russ, also Russ und... Du bist im Team Russ? Ja, ich bin, äh, Russ. So, jetzt ist es richtig. Sag mal, billiger Wortwitz, hast du auch ziemlich viel Wuss auf deiner Jacke? Äh, äh, äh. Äh, äh, süßig. Ja, ja, aber es ist nicht mein Bier. Hä, ist dein Walzbier, ne? Äh. Egal. Habe ich dir eine Steilvorlage geliefert? Ja. Komm, lad! Ich schneide den Rest der Ladezeit einfach raus. So, los geht's. Ähm, ich passe erst mal meine Panzer an. Oh, ey, ich hab schon Stadtmuster. Passe ich mir mal an Klasse an, weil das ist kacki. Ja. Ich hab auch meine Tarnung noch nicht eingestellt. Das ist nämlich Gummis. Du bist schon mitten im Spiel, nicht wahr? Ja. So, zur Bewaffnung. Ich habe ein wenig weiter gespielt. Benutze die, jetzt die G3A3 als Sturmsalat mit Arcock 4-fach, Frontgriff und Schalldämpfer, Wiese-Combo, dazu eine M911 und dann noch Standard Sturmsoldat-Equipment. Was benutzt du? Tja, ich benutze die gute F2000 mit Holoside, Frontgriff und kein Zubehör, also kein Schalldämpfer und so. Die G8 sind schallgedämpft, das Medikit, den Lefric Pelator und die Munitionsquad, damit wir immer genug Munition haben. Gut, dann auf ihn. Äh, ja, du bist zu meinem Squad und das ist alles schön und gut. Nicht wahr? Wollen wir nochmal gleich über die Flanke rushen? Ja. Ich sterbe gleich schon wieder. Ja. Also ich habe schon drei Kills gemacht, das ist auch schön für mich. Du hast schon drei Kills gemacht, ne, ne. Haupt. Bitte schön. Ja, danke. Äh, nein, hockt einer im Haus. Da kommt einer. Ja. Ich bin schon mal Kills wieder, Alter, du Scheiße. Ah. Gut an. Au. Wenn du so freundlich wärst du mich wiederbelebend würdest. Ja, habe ich. Ja, super, nochmal. Ach nee, jetzt geht es mir langsam auf den Kills. Das soll ich denn bitte schön machen, wenn er mich ständig... Nochmal. Kannst du jetzt mal aufhören? Das soll ich machen. Soll ich jetzt auch? Hilf mir. Ah. Warum? Ah. Ich bin am Boden. Na warte, das kriegt der Wichser zurück. 50 Punkte, dank dir, glaube ich. Ich bin jetzt so rachsüchtig. Ich schnapp mir den Dreckskerl. Komm her. Aber du hast doch keinen Tod. So, das war zwar nicht der Dreckskerl, aber... Meine Rache gelüstet sind vorerst befriedigt. Okay. Okay, wonga... Achso, von daher. Okay. Wenn du willst. Ja. Wir gehen jetzt einfach drauf. Ja, einfach drauf. Und Strategie. Bin jetzt in aggressiver Stimmung. Was soll ich machen? Ja, der heißt ja auch Sturm-Saltat. Also Sturm. Ja. Im Ernst mal. Ich kann dir mal die Schwuchtklinge aus. Oh, welch... Ach, das ist wieder zu wenig. Ich hab' ich gute Chance. Ruh, 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 Ruh. Die Scheiße. Na ja. Vorsicht, Gegner. Gebt raus. Ah, den wollte ich haben. Ah, verdammt. Ich wurde tot. Ja, dankeschön. Oh, heldenhaft. Also wir machen hier ein gutes Zielenspiel. Ja. Den Sonat da hat's leider nix genutzt. Scheiße, warum sind die? Äh, von der Seite. Da flankiert uns jemand. Ja, was? Was? Ich habe auch was gesagt. Oh, ich bin weg. Da flankiert uns jemand. Ja. Du kannst mich ja nochmal wiederbeleben. Ich bin tot. Oh, verdammt. Der lag da hinter dir an der Ecke. Ja, ich weiß. Ah, ich wurde wiederbelebt. Ja, und ich bin hinter dir. Ja. Ich bin wiederbelebt. Ich mach' ein paar mal kaputt. Also jetzt war ich mich für die Silber. Au, 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 au. Hast du Hilfe? Nö, nö. Okay. Äh. Äh. Ich hab's überlebt. Ich auch. Nein, komm schon mal so. Dabei noch erstmal ein paar. Boah. Äh, ich hab' ne, da geh' ich nicht mehr her. Ich bin schon längst da weg. Ja, aber ich wollte nochmal versuchen, aber das ging nicht. Ist hier irgendwo her? Ich denke nicht. Ob ich halt jetzt einen kleinen Alleingang? Ah, ne doch nicht. Ja, ich bin nur für hinter dir, ne? Wie ne Zecke am Fluch. Obwohl das gar nicht passt, ne? Zecke am Hund. Das kann ich erleben nicht. Da ist keiner. Nein. Nein. Wir sind hier ein bisschen alleine auf weitem Fuhr. Oh. So. Oh, Marge, hört uns. Hehe. Würde ich sagen, geh. Ah, ich bin der Sportleader. Ja. Ja. Du bist der Sportleader. Ja, du weil nicht, ne? Ja, ich mag auch, es ist auch nicht Sportleader zu sein. Ah, da war einer. Ach was. Würde ich haben. Den wollte ich. Ich kann. Ah. Nein. Verdammt. Kannst du dich mal wieder belegen, schnell? Nein, kann ich nicht. Ello, ist auch tot. Schade. Ah, kommen die von da? Ja, da ist ja auch ihr Spawn. Okay. Wo wollen wir denn jetzt spawnen? Also das Info, das ist ja Hauptspawn. Äh, ich würd mal Durchgang vorschlagen. Würde ich auch. Dann gehen wir nach A. Jo. Aber nicht den durch. Also da geh ich nicht an, wenn das so schön. Ja, aber ich hab ne ziemlich starke Bombe. Ja, da könnte ich was reißen. Außer wenn da der ACV steht. Oder wie das heißt. So oder so. Ganz schön, bis nicht so heftig getroffen ist. Was? Nein, ich wurde gerade so heftig durch diesen Panzer. Schützenpanzer getroffen. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die sterben. Böser Soldat. Hehe. Ah, Mann. Du bist böse. Woah. Schieß, Balsch, die in unserer Gewalt. Da hab mich jemand gekillt, der hat äh, hier 967 Beweifs. Ja, sieh mal an. Ja, ich habe über 1.000. Ja, das wollen wir nicht angeben mit den Stats, ne? Das ist egal. Ich gebe gar nicht an. Alter, schießt ihr hier den Truppentransporter rein? Ich glaube schon. Alter, wollen wir es nicht übertreiben? Das ist doch gerade so viele. Ich helfe dir mal. Ich habe unter Zaun durchgeschossen, das war geil. Den war da nicht einer. Ja, den habe ich weggeschossen. Nein, nein, da war noch einer irgendwie gerade. Ich sehe einen Jeep. Ja. Also ich sehe ja jetzt wieder gar nichts. Der wurde zusammengeschossen. Super. Was zu einer hat der? Ach, die USA-12-Rate-Explosiven. Sind ja die größten Schwuchtel auf der Erde. Hast du gekillt worden? Nö. Nein. Das hat einer von uns, die USA-12. Was ist so? Äh, ja. Ich mag hier mal A, ne? Du meinst. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ich bin deiner Meinung. Du haust dich, ich habe da einen auf dem Radar. Direkt bei euch. Oh, die wollte ich mehr holen. Fuck, ich bin gekillt. M60. Jo. Ja, geht doch. Hast meine KD-Rate gerettet. Oh, da kommt der Trupptransporter. Verlauf. Geh weg. Scheiße, ich kann dich durch die Türen schießen. Toll, ich wurde gekillt. Genau wie ich. Wegnümmen. Wundest du auch gekillt? Ja, von dem Typ. Ich bin von Sniper gekillt. Und er wird jetzt repariert. Halleluja. Wir stellen uns gerade richtig geil an. Jo. Also so im negativen Sinne. Ah, Mann. Ich hatte einen. Hey, wir haben genau die gleiche Punktzahl. Ja, ich bin... Ah! Also das bohne ich nicht mehr. Doch, ich schon. Ich hatte gerade einen gekriegt. Ja, einen. Noch einen. Hilf mir mal. So. Noch einen. Ah, zu. Ah! Bist du deppert! Ah! Scheiße! Und ich habe noch einen. Hier ist gerade dieser Drucktransporter auf den Fersen. Ah, fuck. Oh Gott. Der jagt mich. Ich bin gerade auch irgendwie in der Züge. Ach ja? Hast du auch einen Drucktransporter auf den Fersen ohne einen Raketenwiffer dabei zu haben? Nein, das habe ich nicht. Aber ich werde von ganz vielen Gegner nicht geschossen. Ja, du kannst die aber töten. Ja. Das ist klar. Ist er weg. Ja. Rück setzen. Gehen. Put, put. Ja, Flagdefenderrücken. Ah! Ah! Supi! Manche Jeep zerstört. Soll ich dir mal helfen Deswegen ist irgendwas hässliches Warte, ich krieg zu dir, ich krieg zu dir Danke Das ist der BMT Okay, ich hab zwei Sehr schön, du scheinst laufen zu laufen Nee, ich...mein ich nicht, ich guck mal auf meine KD Jetzt springt da nicht das Fenster durch Ah, ich will mit C einnehmen, gut, 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 gut Oh, ich will mit C einnehmen, gut, 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 gut 2, 1 und verloren Das haben wir richtig professionell verloren Ja Haben wir gut gemacht Ja Also kann ich dich nur wirklich für loben Das hast du richtig gut verloren Ja Boah, so gut verloren hab ich noch nie Nee, also Doch noch einmal hab ich besser verloren 2 in Battlefield 2 1 zu 0 Ja Ja Jaja Jerlisch So, dann kommt jetzt die Revanche Ja, die wir wahrscheinlich auch verkacken werden Ja Guck dir mal die ersten 1 bis 8 an Das sind alles Rekordelstars Die sind glaube ich richtig scheiße gut Ja, vor allem zwei im selben Clan. Ja. N008. Loop soll das heißen. Achso. Ja, ich bin wieder der Durchblicker. Hm? Ähm. Nichts sind es... Nein, da ist ein 41er Kernelstar. Jo. Das heftigste ist ja immer noch der 71er, den ich mal getroffen hab.